Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei GTA Stunt Rennen mit dem Sachsenetz Player, mit dem McManus, dem Freezy und der BCR Crew und noch einigen Zuschauer. Hallo, so kann ich nicht wetten, das wurde gerade deaktiviert. Sind schon kein Geld mehr oder was? Ich weiß gar nicht, wann ich das genommen habe. Ah Gott sei Dank. Ich glaube das Auto ist nicht so schlecht. Das geht leider los. Und irgendwo fährt erstmal den Pfeiler. Ja. Das ist doch echt ein Opfer. Das Auto ist bestimmt gut, hat er gesagt. Vor mir ist Röhrenkuchen, vor mir ist Röhrenkuchen. Ich werde Röhrenkuchen. Oh, schade. Da bremst er ab. Ey, habt ihr gesehen? Da hat er schon wieder extra mit Absicht abgebremst. Da liegt's auch an, wir wissen ja Junge. Banus. Halt's Maul. Ist mein Dungeon. Hier bin ich der Keeper. Aber kennst du Dungeon Keeper? Ja, klar meine. Keines gern. Oh, war das hinter mir Niklas? Gefickt. Oder? Ja, gefickt. Was zur Hölle? Hast du Spaß, die war das oder wieder? Alter. Ich war das mit. Wer war denn auf dem zweiten? Nein. Na gut, leider ich. Du magst doch deinen Bruder, oder? Er ist mein Bruder, sagen wir so. So, dann denk ich mal, dass wir bleiben. Was macht man, wenn der jedes Mal das Windrad fickt? Timing besser abtime. Ey, dieser Röwenkuh. Sag ich euch. Komm nicht am Windrad vorbei. Krass behindert. Haha, wieder gefickt. Bitte ey. Tja, das mein ich mit Timing. Fuck. Ich hab's verrissen, ich bin raus. Ich war immer am Windrad hingeblieben. Richtig behindert. Ja, man muss sagen, das Auto ist so geil, aber dafür extrem unpraktisch, ne? Ja. Du hast fast immer getroffen. Ja. Besonders wenn du noch vor dir jemanden hast, der dich ausbremst in der Zeit. Ja. 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 Oh, konzentriert. Muss da mal jemand kommen hier irgendwann, ey. Echt, so weit hinten? Wo welchen Platz bist denn du? Okay. Okay. Ja, wie gesagt, Windrad und ich vorbeigekommen. Achso. Welche Runden haben wir? 3. 3. Oh, schumi. Das ist aber krass, ey. Vor mir ist weit und breit keine zu sehen. Oh, komm gleich, welche lagen gerade irgendwo. Das ist mal jetzt in der zweiten Runde am Windrad vorbei. Und in der dritten Runde. Ja, auch noch. Wow, nice. Ich glaube, da hole ich nichts mehr, ey. Das Ding ist durch. Oh, mach ja. Wart komm nicht hier beim Haiala. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Oh, ja. Wenn diese Scheißkamera dann wieder weg erhielt sie. Wer ist denn überhaupt der Erster? Das ist hart hier in der Vierergruppe. Wir haben hier sechs Mann hier vorne in der Vierergruppe. Jetzt momentan erster ist glaube ich der Alex, wenn ich mich nicht erlöste. Ne, dieser Kuhn, Niklas, dann 3C2, ich 3, ich 2. Ne, ich 1, alles klar. Jetzt er wird er 1. Ne, Hitcher ist das ja. Ich bin gerade an euch vorbei. Ich hab die schnellste Runde gefahren. Sehr zu fett davon, ne? Jaja. Boah. Ne. Ne. Problem ist, um meine Mutter geformt. Weil da irgend so ein haariger, bärtischer Chewbacca, der jedes Mal mit seiner Kaffe vor uns rumkuscheln musste. Ja. Das tut mir ja fast leid. Hm, mir nicht. Kann jetzt mal jemand den Niklas da wegkrammen? Wundern, passt doch hier. Ich bin nicht. Ja Junge, ich muss halt auch die Kurve kriegen. Hitcher auf Sonderrader geht's auch weiter zu fersen. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Das passt vom Timing her null. Neul. Wen hat's erwischt? Schwein. Wen hat's erwischt, Hitcher? Äh, Niklas. Ne, 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 Niklas wirklich. Hat er verdient, ey. Boah, dem Fall ist ja glücklich. Ja, ja, klar. Dort scheint aber an deiner Geschwindlichkeit keinen Abbruch zu tun. Nö, 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 nö. Ich weiß nicht noch, wenn der... Ey, das... Ey. Jungs, passt auf. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Und ich seh dem sein blödes Grinsen schon in der Kamera. Der wangst nicht zu überholen. Hoppala. Kann doch sein, weil mich das Windrad erwischt hat. Das ist ein Schwester-Kotron. Junge, verpiss dich doch. Boah, ohne Witz. Ne, du! Nicht er! Ah, komm. Noe. Alles klar. Okay. Er kann nix. Er hat ein Auto und schafft es nicht, uns wegzuhauen. Nein! Wo, 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 wo. Wo, 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 wo Ja Kam Hitcher weg, komm Und du hast was gut bei mir Ja So Endlich Und jetzt seht ihr mal die wahre Seele Von diesem Menschen Was Gabriel guckt dir nie mehr Videos von dem an Ist ein böser Mensch Und wenn du guckst, Dislike Genau Ich wollte nur, dass ich sie nicht gewinnt Das war mein höchstes Ziel Hast du ja geschafft Leider ist zwei da Nicht das, was ich erreichen wollte Aber es ist echt schwer, jemanden komplett Na ja So Das war jetzt nicht so prall Bin ich auf jeden Fall Von Platz 1 weg So, zwei neue Leute Dampflok Dampflok 0, 0, 0, 0 Okay Platz 4 Jetzt wird es interessant 3,86 Oh, das sind die Kackautos Dann machen wir wohl nur zwei Runden Drei Runden, mach Drei Runden mit der Kack Oh, das ist kurze Strecke Und die Autos sind kürzgeil Eigentlich müssen wir acht Runden machen Wir haben schon halb vier Danach ist mein letztes Rennen, also das ist mein letztes Das ist halb vier Halb vier Vom Cachen Ja, Liebe gab es ja nicht Ja Setzen bitte auf mich 10.000 Mal auf dich noch was setzen So, oh lol, wen gehört das pinke Auto Hier hat jemand private Autos angelassen Ja, aber es sind ja dieselben Nein, guck dir doch mal an Es sind nicht dieselben Stimmt Pink gibt es die Kache nämlich nicht Aber die sehen nicht aus, als ob sie übelst schnell Nö, bloß nicht Das sind Fiat's Weißt du, die gucken alle die Folgen Und da sagen wir immer Keine eigenen Fahrzeuge Die spielen mit Der hat Koffer um, Dach Ja, einfach ausschalten Das wird sonst nie klappen Ja, ich hab's jetzt vergessen Dach mal Oh, da hat Gepäckträger vorne drauf Auch eine schöne Detervierung Fuck it Oh, felle Oh, nicht schlecht Oh, nicht schlecht Oh, nicht schlecht Ganz viele Autos Alter, hör auf mich zu rammen Ey Am Flop ist schon wieder vorne Ja Wolf und Niklas Oh Gott Alles klar Du Bacca, du kleine Ratze Ich hab nichts gemacht Ich bin geflogen Da konnte ich nichts machen Oh, Dampflok hat's verwissen Aber komplett Hoppala Leitplanke Oh, ich bin hinter dir Jo Naja, jetzt nicht mehr Wird's überholt oder Unfall Äh, Unfall Aber Bin jetzt vierter Schwesenschwer Und dir ist Sinderdäne Ist auf jeden Fall Dampflok Ich bin hinter dir Ich komme Ekelhaft Ich hab mir für dich Ich hab mir nichts getan Bis jetzt Also Ja Nein, du hast mir nichts Natürlich nicht Was Natürlich hast du mir nichts Getrat Ich denke mal Hitcher, denken wir In die letzte Runde Wie uns Ja, ja Und die erste Folge Erste Folge Erste Kurve Hitcher Ich hab Frizzy entsorgt Dass du gewinnst Ey Ja Das ist mein Erden Das war nicht sein Ziel Das war nur ein Mein Ziel war, dass Frizzy nicht gewinnt Meine Ein Glaube ich nicht, Hitcher Hitcher, zieh ab, ey Er seht du Er seht die Sache Was willst du, Hitcher? Ich weiß nicht, was Hitcher vorhat Aber er überholt mich nicht Ah, jetzt traut er sich nicht Die andere Bahn genommen Warum denn, lol Die ist kürzer Oh, wer ist denn da vor mir? Das ist ein Penner, ey Absichtlich Oh, brauch ich gar nichts machen, guck Lol, aber beide, ne? Krass Oh, komm Dampflok fallen Oh, schon wieder Wer denn schon wieder? Oh, bei der Kugel Nein Was ist das? Jetzt hab ich Du lachst Wer denn? Mein Sohn lacht mich gerade aus Also, guck sogar der lachst du das aus Warum liege ich hier auf dem Dach, ey? Oh, Röhrenkuh, hau ab, ey Ey Ja, pass mal auf die Röhrenkuh auf, ey Der hat extra neben mir gewartet, um uns wegzuhrammen, ey Sorry Das ist echt abfuck Oh, da haben wir nur schöne Pirouette gedreht, ey Die sah gut aus Boah, wie sie wissen für das letzte Ja Nice Weißt du, warum? Ah, das war der Manus, ey Ja, genau Fisi hab ich dich einmal gesehen, ey Und Hitcher, du hast dich vor mir gedreht, ey Ja, ja, das freuert's Weil ihr den Druck nicht standhaltet Den Druck des Manus Jetzt auch Ein Quatsch, Kopf, ey Das ist kein Quatsch, das ist so Warum ist Röhrenkuhn ja nicht so leise Wenn der eigentlich so leise ist, dann kommt danach meistens nie was Gutes raus Mhm, naja, ich hab hier grad Von deinem Ehemann, seinen Bruder neben mir Boah, was soll das denn? Was, wie, was soll, was, du rammst mich? Steckst den Schwanz in einen anderen Arsch und warst, was soll das denn? Du steckst den Schwanz in einen anderen Arsch Und nicht im Bein, was soll der Scheiß Deswegen muss ich rammt Ja, er rammt mich um Fracht, was soll das denn? Ist doch blödsinn Du bist da nicht reingefahren, da komm ich Ja, nein Randy Doch Das ist die BCR-Logik, da muss ich dran gewöhnen Manus ist auf 1 Die ganze Zeit schon Guten Morgen Ah, der hat's wieder vorgefuscht Mal mit Unfairen, bitte So, ihr klemm Bitches Manus hat das Ding nach Hause geholt, ihr Bitches Da Dann schaltest du immer hoch, danke Welcher Platz, Physi, jetzt schon? Warte mal, wo ist denn Physi? Das ist ja nicht sehr, ne? 6 da Oh, die sind so scheiße, die Karren Da einmal 2 drängst 9 da, nice Einfach in den Kurven, auf die Eisen und fertig Nicht auf die Eisen, einfach mit Gefühl lenken Gas loslassen Ja, einfach mit Gefühl lenken Zum Beispiel nicht So, jetzt bin ich aber gespannt Dass an der Tabelle nochmal was verändert hat Aber was ist denn mit Alex wieder? Oh, yeah 23.000 Es gab 27.000 Wettgewinne, gell? Ja, bitte Boah, was? 27.000 Das hat sich ja richtig gelohnt Röhrenkuchen, gib den Daumen nach unten Okay, Röhrenkuchen Alles klar Alles klar Ach, 2 da, ey 2 da, aber noch für Chewie Ja Es wäre noch 3 Rennen gewesen Da hätte ich natürlich Ne, noch 2 Rennen gewesen Ne, noch 3 Rennen gewesen Da hätte ich natürlich problemlos für sie noch geholt Aber wir müssen hier die Playlist leider erstmal abbrechen Ein, nein Die Level Verstehst? Ja, Leute Das war's dann Für diese Folge Der Manus hat sein wahres Gesicht wieder mal gezeigt Wie immer Und ja Schaut bei allen vorbei Außer bei Manus Bis denn Tschüss Sehen ja nicht so viele Tschüss Tschüss